Die hochpigmentierten Laveni-Farbgele lassen sich einfach und sehr sparsam verarbeiten. In der Anwendung unterscheiden sie sich ein wenig von herkömmlichen Farbgelen. Ich zeige dir jetzt ein paar Tricks, mit denen dir ein perfektes Farbergebnis gelingt. Perfekt deckend, glatt, gleichmäßig und strahlend. Trick 1. Verwende immer nur eine kleine Menge Farbgel. Trage das Gel also in einer dünnen Schicht auf. Sonst können bei dunklen Farben Bläschen beim Aushärten entstehen. Werden hellere Farben zu dick aufgetragen, kann es passieren, dass sie nicht ganz durchhärten und sich teilweise wieder abwischen lassen. Übe beim Auftragen nicht zu viel Druck auf den Pinsel aus. Durch zu viel Druck kann es zu einer streifigen Optik kommen. Führe den Pinsel am besten leicht schwebend über den Nagel. Leicht schwebend bedeutet, dass der Pinsel beim Verteilen des Gels die Nageloberfläche kaum berührt. Trage das Gel also gleichmäßig auf und verwende nicht zu viel Druck. Trick 3. Lege den Daumen beim Aushärten separat in das Lichthärtungsgerät. Das sorgt für ein einheitliches Ergebnis und lässt das Gel nicht verlaufen. Trick 4. UVA-Röhren regelmäßig auswechseln. Die Röhren verlieren mit der Zeit an Leistung und können so eine optimale Aushärtung beeinflussen. Mit diesen einfachen Tricks wirst du viel Freude mit deinen farbigen Nägeln haben. Laveni Farbgele – optimaler Farbauftrag für perfekte Ergebnisse, auch in schwierigen Situationen. Pretty Nail Shop – jedes Mal ein Päckchen Glück.